wo geht es jetzt weiter sagt mein spiel dass ich das jetzt noch mal muss ich hab's geschafft ja ich auch ja wie geht es weiter da hinten ist ein ort der gnade da gehen wir mal hin jetzt ist hier ein ort der gnade seltsam aber das ist eigentlich ein siegel da komme ich nicht durch 80.000 runen lex mir okay dann nehmen wir auf jeden fall wie geht es jetzt hier weiter elton ring voraus bin ich so lustig was ohne einen eidring kommt hier nicht weiter der sagt elton ring der sagt eidring was ist das okay okay ganz kurz ich habe jetzt so geschwitzt und gekämpft in dem kampf was ist der eidring und wo kriege ich ihn das würde ich nicht das haben wir gemacht wollen jetzt hier haben wir durchquert erst ausgeburt haben wir gemacht ich komme da nicht durch hä wieso was fehlt denn hier warte mal warte mal warte mal so jetzt noch mal wieso kriege ich jetzt warte mal bla Bilder warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal Da steht nirgendwo was von Eitring. Ach, ich muss in die Akademie zurück. Sagt das doch einer. Okay, machen wir schnell Reise. Bei ihr müsste der Ring sein, den habe ich übersehen. Dunkelmondring, der war gemeint. Okay. Alter. Ja, guck und jetzt. Jetzt komme ich durch. Ey, vielleicht kann ich jetzt auch die anderen Türme betreten, wo so ein blaues Ding davor war. Vorsicht, verdrache. Was, 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 was? Wieso jetzt schon wieder Drache? Was ist denn los? Machen wir heute doch drei Bosse. Die verbunden der Einzelne. Vorsicht, verdrache. Mondlicht, wo bin ich? Hier oben, wo man sonst nicht hinkommt. Ja? Nein? Gut gemacht. Na, da voraus. Oh, sieht das geil aus. Ich höre gerade wirklich irgendein riesiges Vieh in der Nähe, ne? Ruine des Mondvolkes. Ja, dass die irgendwas mit Mond zu tun hat, das habe ich mir schon gedacht. Was, 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 was? Chillt mal. Müsst du dich halt mal alles gleich kaputt machen hier. Ach so, da sind irgendwelche Ansätze. Ey, ich hole mir die Karte an. Kann ich nicht. Hääääh! Ey, warte mal, warte mal. Ist das der Drache, ist das nicht der Drache, den ich schon beinahe mal besiegt hätte? Der dann abgehauen ist? Ich glaube schon, oder? Okay, ich habe jetzt so viele Drachen bekämpft. Du bist eigentlich ein Peanuts. Und ich darf sogar mal Mimic verwenden. Das heißt, der andere Drache, der da Blitze verschießt, und mir abgehauen ist, den kann ich auch irgendwann wissen. Oh, oh, ich habe vergessen. Der schießt ja! Das müssen ja auch immer Drachen sein. Oh, oh, oh. Was, was geht denn? Was geht denn? Das war doch nett. Achtung, der schlägt um sich. Mimic, du hast... Oh nein, nice. Du hast irgendwie gefühlt noch kein... Wuh! Man, Freeze macht er auch noch. Also Mimic hat, äh... noch kein... noch nicht genug Drachen erfahren, merkt es gerade. Nein, 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 nein. Ey! 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 Nein, nein, nein. Park doch nicht! Ah, ich renne mir. Okay, Mimic ist auch nicht. Ah, bei der Hälfte der Energie ist auch nicht. Ich gott mich aus, ich kann gar nicht mehr atmen und reden. Das war ein One-Hit-Kill, ne? Fuck me. Na gut, ich bin jetzt soweit gekommen. Na, ich wollte schon sagen, der Drach müsste ja immer wieder auftauchen. Oh, schnell mal die Wunen sammeln. Also ich muss nur... Nein, 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 sammeln doch mal die Wunen an. Ich muss vor diesem Schwerterangriff auf jeden Fall auftauchen. Wenn der wieder runterkommt. Okay, das hat mich sogar auch erwischt. Scheiße. Wow! Ich hätte mich vielleicht zuerst heilen und dann aufspringen sollen, ne? Das war nicht gut. Aber ich muss schon mal sagen, der Mondlichtaltar hier, der sieht schon geil aus. Was ich nicht checke, ist, das sagt trotzdem... Ich bin oberhalb des Dorfs der Albinaurix, gell? Mhm. Deswegen war ich so verwirrt und hab gedacht, ey, wieso komm ich da nicht hin? Bin ich aber eh schnell von dem Transsystem erwartet, nachdem ich angegriffen... äh, nachdem ich beschworen habe. Okay, da ist alles gut, alles gut, alles gut. Okay, da ist alles gut. Und sonst nichts zu tun hat. Whoa! Whoa, whoa, whoa. Hey! Scheiße, der hat mein Pferd getötet. Frag nicht, mach einfach. Hey! 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 Wo ist mein Mimik hin? Guck mal, ich hab so viele Drachen schon getötet. Mensch, du hast ja noch ne Chance. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Jetzt, jetzt kommt die Attack! Goddammit! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Ich habe nicht Estel mit so viel Krampf und Mühe besiegt, damit du mich jetzt so platt machst, ja? Ich muss mal sagen, dieser Schwertmuff ist halt einfach nur ekelhaft. Wie das aussieht, der kotzt sich hier aus. Der Move ist genauso scheiße. Wie das aussieht? Ach, du meine Güte, ey. Okay, ich sollte mich heilen. Wow, das war echt mehr als knapp. Wenn in die Phase 2 geht und das Schwert kommt, dann krieg ich echt den Tügel. Shit! Und mein Pferd ist auch verstaunen. Ich hatte eben Schiss, er macht schon das Schwert. Nein, 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 wie blöd bin ich denn? Guck mal, den hätte ich doch gehabt. Weh, meine Seelen liegen jetzt unten. Okay, nimmst du jetzt endlich. Nein, 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 nein. Und ich hab ihn nicht gefeiert. Ne, sie sind jetzt umschöpfen. Also, dann ist er schon so schwer, was es betrifft. Das war's. Das war's. Wuh, shit. Ich hab auch nie gesagt, ich hab gelernt, eben erst heilen und dann fährt. Ja, 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 nein, 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 nein. Aber man muss man sagen, ich weiß, sind die alle da runtergesprungen, sind die bescheuert. Das war ein intelligenter Tod. Naja, intelligent nicht, aber ein grazieller Tod. Ach, ja, was heilt mich? Nein, warum heile ich mich denn doppelt? Bin ich denn bescheuert? Das geht mir hier zu weit, Pusche. Sein Flügel war aber im Willen entfliegen. Das wäre halt geil, wenn das wie bei Dragon's Dogma wäre, dann könnte man die Flügel echt von ihm stützen. Ja, ist jetzt gut. Nicht schon wieder mein Pferd töten. Das war aber... Ich weiß nicht, wie ich das eben geschafft habe, aber gut. Mach's nicht nochmal. Don't do it, my man. Oha. Ja, okay. Wallhack match. Bin ich hier aussicher? Wow. Jetzt sind wir da ein ganzes Feuer weg. So, mein Mimik ist da. Ich komme gar nicht hin. Ah, hier ist ja mehr Fläche. Umso besser. Wo sind wir, wo sind wir, wo sind wir? Mach's nicht nochmal. He! Okay, er hat nur mein Pferd getötet. Oh, der Mimik lebt auch noch. Oh, den könnten wir diesmal schaffen. Mach doch nicht dauernd diesen Move, Alter. Zum Kotzen! Ja! Ah, nein, 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 bitte nicht, ey, komm. Guck doch mal, wie wenig Energie der noch hat. Ey, nein, 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 nicht das Schwert. Alter, ich krieg echt die Krise. Guck doch mal, der ist doch gleich tot. So, jetzt geh ich aufs Ganze. Missgebutscht, evendlich. Ach, du Scheiße, Mann. Drei solche Posse hintereinander. Ich sprach erst die nächste.